Musik Jetzt arbeite ich wieder an einem großen Gemälde, dem größten, das sich je gemalt. Es stellt das Innere einer zerfallenen Kirche dar. Aus dem hohen Schutt, der den inneren Raum anfüllt, ragen die mächtigen Pfeiler mit schlanken Säulen hervor und tragen zum Teil noch die hochgespannte Wölbung. Musik Musik